hallo ihr lieben heute mal outdoor ja gibt wahrscheinlich viele die mein video das gelöscht wurde nicht gesehen haben noch mal kurz erinnert da ging es darum dass ich in dem video unten einen link verlinkt hatte wo man auf eine ärztliche attest von mir kam das konnte man sich dann runterladen um nachweisen zu können dass man keinen mundschutz zu tragen braucht und youtube hat es also für richtig befunden dieses video einfach wegzunehmen das heißt mich in meiner ärztlichen tätigkeit zu behindern da das kostenlos war ist das jetzt nicht so oder sagen wir mal so es geht ja dabei nicht ums geld ich nehme das zum anlass heute mal mich an meine kollegen zu wenden an alle ärztlichen kollegen dieses landes und kurz noch mal folgendes klarzustellen wir alle machen das ja so wenn wir therapeutische entscheidungen treffen dann haben wir die sage ich mal zu erwartenden oder zu befürchtenden negativen auswirkungen einer maßnahme auf der einen seite zum beispiel nebenwirkungen von medikamenten und dann haben wir den zu erwartenden positiven effekt auf der anderen seite dann wägen wir das zusammen mit dem patienten gegeneinander ab und wenn das positive überwiegt dann ist das eine maßnahme die man erwägen kann je nachdem und jetzt wollen wir das ganze mal für den mundschutz machen es gibt jetzt also patienten die mir berichten dass sie probleme mit ihrem arzt haben weil er sagt wir müssen erst mal eine lungenfunktionsuntersuchung machen um zu gucken ob sie erst mal haben und dann können sie unter umständen so ein attest bekommen und da sage ich mir moment lasst uns das noch mal diskutieren lasst uns das noch mal genau auf den tisch legen die fakten weil da stimmt irgendwas nicht denn es ist ja so der mundschutz ist ja nicht nur für asthmatiker schädlich sondern für jeden ob der schaden erheblich ist da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren aber es ist auf jeden fall auf der negativseite das heißt um den mundschutz rechtfertigen zu können brauchen wir irgendetwas auf der positivseite und da haben wir die spezialisten aussagen von frank ulrich montgomery und von herrn drosten die beide gesagt haben erstens es macht keinen sinn es ist eine keimschleuder es ist noch nicht mal vom epidemiologischen gesichtspunkt her sinnvoll und so das heißt wir haben auf der positivseite nichts und wir haben einen geringen gesundheitsschädlichen effekt auf der negativseite mit anderen worten liebe kollegen erklärt mir mit welchen argumenten ihr welchem patienten auch immer den mundschutz verwehrt so genug davon jetzt erzähle ich euch noch kurz von meiner kleinen epidemiologischen studie die ich gemacht habe oder ich sag mal das ist ein kleiner feld ein feldversuch den ich gemacht habe ich kann folgendes berichten ich war jetzt in den letzten zwei oder drei tagen in insgesamt fünf geschätzt gefühlt 25 verschiedenen geschäften inklusive supermärkten und habe dort problemlos ohne mundschutz eingekauft einfach nur indem ich darauf hingewiesen habe dass mein arzt mir gesagt hat ich soll keinen mundschutz tragen das sei für mich schädlich sei der vollständigkeit halber erwähnt in zwei läden hat es nicht geklappt das waren beides türkenläden und ja das soll es für heute mal gewesen sein also an meine ärztlichen kollegen bitte überlegt euch mal welchen patienten solltet ihr im sinne von salus egroti supremalex das heil des kranken ist das oberste gebot welchen patienten könnt ihr mit der hand auf dem herzen einen mundschutz verweigern erklärt mir das bitte zweitens aufruf an alle in diesem land inklusive polizisten insbesondere ihr lieben freunde und helfer des bürgers macht es einfach tut den schritt geht zum rewe und sagt ich gehe jetzt hier ohne mundschutz rein weil mein arzt hat mir gesagt das ist schädlich für mich und wenn die dann immer noch sagen macht sich raus dann geht doch wieder bei tante emma einkaufen dann haben wir auch mal was gegen diesen diese internationalistischen großkonzerne getan